Hallo Stefan! Hallo! Erzähl doch mal, wie ging es dir denn so bei dem Lockdown? Am meisten haben mir meine Mitglieder und mein Großen gefehlt. Also mir hat vor allem der sportliche Ausgleich gefehlt. Hi! Was hat dir denn bei dem Lockdown gefehlt? Och, eigentlich alles hier, die ganzen Leute hier, das Flair. Das ist irgendwie ganz was besonderes hier. Im ersten Moment sehr schlimm, weil ich nicht mehr vom Sport gehen konnte. Aber nachdem ich mich dann aufgeklärt habe, und dann habe ich mich sehr gefreut, dass es doch möglich ist. Und das hat mir eigentlich sehr gut getan und auch gemerkt. Leicht war es nicht gewesen, aber durch den Zusammenhalt im Team und die Sicherheit, die uns wieder gegeben hat, haben wir das ganz gut über die Bühne gekriegt. Und die Hygienemaßnahmen sind super toll umgesetzt, sowohl hier auf der Trainingsfläche als auch im Kurs, wo wir momentan nur mit wenigen Kurs machen, damit wir den Abstand einhalten können. Und ich möchte ein ganz großes Dankeschön an das ganze Team aussprechen. Vertrauen Sie den engagierten und verantwortungsvollen Mitarbeiterinnen von Mietermiet Eschwege. Gemeinsam sind wir stark! Mieter verbindet! Werde Teil der Gemeinschaft! G&G Matthias G&G Untertitelung des ZDF, 2020